So, das ist jetzt das namibische Parlament. Hier kommen schon Leute in den Uniformen aus den Schulen. So, ich muss jetzt kurz warten, bis alle wegfahren. Dann kann ich vielleicht die Straße überqueren. So, geschafft. Die Uniform ist echt gruselig. So, und das ist wie gesagt jetzt der namibische Parlament. So wie jede afrikanische, oder meistens der afrikanische Länder, sind die Parlamentarier hier sehr korrupt. So, hier ist dann Sicht. Das ist jetzt die Kirche von Windrück. Also ziemlich europäisch geprägt. Aber ansonsten hat wirklich Stadt nicht viel zu bieten. Also, es ist fast eher langweilig als abenteuerlich. Um 17 Uhr ist hier alles zu. Alle Geschäfte schließen. Also, pff. Und Menschenleere auf den Straßen.